Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trouble in Terroristown mit diesen sweeten Boys, die ihr gerade auf Tab seht. Oh, sie sind so sweet. Oh ja, so sweet. Markus, hast du die Prozentwerte für die Second Chance runtergesetzt? Nein, die erhöht sich für den Kill. Ja, aber die Standardwerte sind runtergesetzt, also der Detektiv hat immer 50 Prozent und jetzt hat er aber nur noch 39. Bei den Traitern ist es auch so, die hatten sonst immer 20 und vorhin haben die nur 18 gehabt. Ich habe nichts geändert. Ja, okay, ich komme an mir. Ja, ich komme an mir. Ah, was war das? Der DT ist tot. Ich will mir was cooles zeigen, hast du irgendwie Kaninchen oder so hier drin, Meerschweinchen oder so. Ist das die Lehme-Version von Nenem? Alternativ würde ich auch Hamster nehmen, oder? Alter, der Hamster ist tot. Ich habe Angst, geh du zuerst, geh doch. Komm, komm, komm. Ich glaube, Markus, der, ne, wahrscheinlich eher nicht. Markus ist eigentlich, kann es nicht sein. Lol. Loll. Also, ich bin tot, er ist tot. Er würde vielleicht überfahren? Geil, danke für die Scheiße. Oh, er hat mich versucht abzuschießen mit der Golden Eagle. Es ist Kurga. Jetzt, jetzt hier hoch. Ach. Das heißt, ich bin Inno. Ey, schieß nie auf mich, ich habe dir geholfen. Achso, nee, das kann ja nicht. So, ich habe jetzt einen DNA-Kenner und... Ähm, wer ist ein Detektiv? Kann mich der Detektiv vielleicht zum Schutz? Ah, ich würde, dass der Detektiv mich einsperrt. Ja, Kurga hat auf Luke geschossen mit der Golden Eagle und ist dann es umgefallen. Das heißt, Luke ist safe Inno. Ja, okay. Also, Luke ist die Golden Eagle. Ja, klar, warum nicht? Hat letztes Mal so gut geklappt. Achso. Ich tue dich jetzt, ja. Warte, bleib mal stehen, ich habe einen DNA-Skenner. Tschüss. I have a DNA-Skenner. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Aber Chris ist völlig schon Traitor geworden. Chris ist wieder blieb worden. Oh, wieso, wieso bin ich jetzt Traitor? Ich wollte gerade sagen, Markus, was? Was? Nein, ich finde es nicht, aber... Ich finde es ja wirklich mal. Nein, nein, nein. Akato ist es, Akato ist es. Akato, Akato. Akato, Akato. Hast du gerade gesagt, Akato? Nein, Chris. Du hast doch gerade gesagt, Akato. Akato ist es nicht. Alter, Benni, ich töte dich jetzt. Das ist dir schon mal passiert. Akato, wo bist du? Wo ist er? Alter, ich mach dich fertig. Erst mal Radar kaufen. Wo ist er? Ich mach dich richtig fertig, Alter. Ich mach dich. Akato ist es. Ich fiste dich, Alter. Ich fiste dich mit meiner Waffe. In dem Mund oder wo? Naja, nee. Das ist lang gar nicht. Akato, Akato, Akato. Hey, du hast doch Akato. Prinz Luke hat geschossen. Ich werde euch alle töten. Akato, du... Der kann seine Waffen nicht mehr aufheben. Lass ihn verklopfen. Schlagt ihn! Schlagt ihn! Lass ihn verklopfen. Lass ihn verklopfen. Oh nein, oh Gott. Alter, jemand einfach zu dritt wie unfair. Gott. Ist ja ekelhaft. Was war das für ne Waffe? Jesus, one versus one. Weiß ich nicht. Das war irgendein... Hey, ich komm zu euch. Keine Ahnung. Gruppenkutel! Ich kann fluschen! Ey, ich kann respawnen. Yeah. Geil. Oh, geil. In der Neighborhood. In der Ho, in der Ho, in der Ho, in der Ho. Du bist voller Wiederbelebungsprofi hier. In der Ho, in der Ho, in der Ho. Ich hab in der Runde zwei Leute wiederbelebt und alles. So in der Ho, in der Ho now. In einer Hure, in einer Hure, in einer Hure. Fahrt ihr echt beide Trader. Okay. Ich glaub, meine Videos werden dezent... Rotat. Schlecht. Achso. Sorry, dafür. Ja gut, Prinz, du bist ja nicht gezwungen mit uns aufzunehmen. Ja, du kannst ja auch. Einfach. Was? Hi. 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 Er hat mich so zu töten können. Markus, ich mach dich fertig. Mach auf. Ich hatte, Markus, belebt Chris gleich wieder. Ich bin detective. Ach so. Ach so, stimmt. Alles klar, ich bin. Alles klar. Ja, komm, mach mich weg, mach mich weg. Mach auf, mach mich weg. Nie, ist das gar nicht. Geh, ich waff die Waffe weg. Mach mich weg, hier komm. Es ist gar nicht eine Munition für dich zu verschwenden. Er hat echt eine Sohn. Komm her! Komm her! Wer ist da? Hey, wer schießt da? Ganz entspannt bleiben, Benni. Wieso bin ich hier allein mit Kurga? Weil ich dich nicht töten werde, das Schicksal. Das Schicksal, Alter. Wieso kannst du es eigentlich aufmachen und ich nicht? Komm mal mit, Kito. Nein, dafür bist du wahrscheinlich nicht. Nee, nee, ich bin nicht so. Ja, ja. Ich bin nicht einer von denen. Achso, ich dachte, das wäre ein Test. Okay, nee, das tötet das Böse. Ah, das ist klar. Du wolltest mich also gerade in eine Falle locken. Nee, ich dachte, das wäre ein Test. Du hast ja gestorben. Du bist nie wirklich die Leiterhunde. Oh, nein, Kito. Oh, nee. Wenn er sich aufregt, ist er immer Traitor. Ohne Scheiß. Muss man darauf achten. Also, ich würde auch. Wobei... Ich bin wirklich eh nur... Ja, siehst du, der ist mein Traitor. Nein, ich bin wirklich eh nur. Der ist ein Traitor, Mann. Ich beweise es dir, indem ich dich jetzt kille, Alter. Ja, komm her. Wo bist du? Benni, ist es? Quiggo, ist es? Guck, ist es? Guck, ist es? Ah, er ist tot, der Nu. Oh, Scheiße. Alter, ich werde um einen YouTube-Kanal, dass ich... Ja, ja. Ne, ist echt so. Okay, Markus, pass auf. Du warst gerade in der letzten Runde, warst hier unten im Traitor-Tester. Da gehe ich jetzt rein, okay? Ja, aber ich sehe das nicht. Ich werfe meine Waffe... Ja, komm zu mir. Ich lege meine Waffen weg. Gib mir die Chance. Ich werfe jetzt alle meine Waffen hier auf außen. Ja, okay, dann glaube ich dir. Äh, Kurga, wie bist du zu dem anderen gekommen? Hier kommt man nirgendwo weg? Markus, du killst mich nicht, okay? Weiß ich noch nicht. Ja, ich habe nur meine Crowbar jetzt. Das wäre jetzt mies. Ich will dir zeigen, dass ich hier nur bin, indem ich dieses... ...deine Wetter-Tester dann gehe. Chris ist zu älter. Och, Mann, langweilig. Scheiße, hä, was machst du denn da mit den Leichen? Da ist eine Leiche runtergefallen. Oh, schau, der ist direkt bei mir. Ja, ich bin hier. Ich war los. Ja, aber Kito, ich sehe gerade... Nein, hi, ich bin das hier oben. Ich bin das hier oben. Oh Gott, oh Gott. Warte, ich konfirm. Okay, was war scheiße. Also Chris ist es zwar... Ah, nee, das macht keinen Sinn. Prinz Luke ist es. Prinz Luke ist es. So den aufgehangen irgendwie, sah voll creepy aus. Ja, das können wir alle machen. Luke, lebst du noch? Ja, der muss leben. Luke? Der ist hinten. Der ist, ähm, ja genau Richtung dort hinten. Woher weißt du das? Weil ich den nur vor zwei Minuten ungefähr gesehen habe. Ich bin von dort... Mein Radar hat er gerade aktualisiert. Hast du auch einen Radar? Na, ich habe keinen Radar. Ich bin scheiße innocent. Ich bin vorhin... Ich bin von dort hinten gekommen. Und da war ich noch mit dem alleine dort am Anfang der Runde. Dann bin ich vorgekommen. Und, äh, was sagt denn dein Radar? Also wo muss der denn sein? Ja, in diesem Haus, hier. Welches? Das hier am... Neben dem... Also mit dem Balkon hier, oder? Nee, hier, guck mal. Ich bin auf der Straße. Aber ich sehe ihn nicht. Hier, hier, hinten. Ach, da drin. Da, 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 da. Wo, 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 wo? In der Tür, in der Tür. Äh, Chris, 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 steh auf! Steh auf, Chris! Lol, lol. Ah, gut. Du bist aufgeräte jetzt. Warte, hol dir eine Waffe. Geh, die sind beide drin. Mach die Tür zu. Oder geh halt rein und töte. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nein! Du schmackst, Alter. Scheiß als Obmann! Markus, das war richtig unglücklich. Scheiße. Chris, was du da hast, du hattest mit meiner Leiche angestellt. Ich weiß nicht, aber es ist einfach mal angeballert. Aber ich hab direkt auf deinen Kopf gezielt mit der Shotgun. Ich stand zwei Millimeter vor dir. 22. 24 hatte ich. Hey, what the fuck? Aber warum bist du nicht... Ich hatte sogar die Pump-Shotgun. Direkt mit dem Lauf an deinen Scheiß-Kopf. Voll ärgerlich. Voll ärgerlich. Chris, du hast doch meine Leiche so hart verstanden. Mensch, Markus, nur weil du unten eine Leiche hängst, musst du mich nicht gleich abschießen. Hä, also du hast die aufgehangen? Ja, das kann man aufhängen. Das kann jeder aufhängen. Ja, mittlerweile kann jeder aufhängen. Seit Tautau das gesagt hat, dass das geht. Seit Tautau das gemacht hat, kann jeder. Man hat alles Tautau's Schuld. Ja, ist doch geil. Hat das ganze Spiel kaputt gemacht. Geht mal auf Tautau's Kanals, schreibt mal Hashtag Tautau's Schuld. Hashtag Tautau geil. Hashtag Tautau. Okay, ich bin ein Detektiv. Aber ihr habt gesehen, ja, ich war innocent, ja? Ist das so? War das so? Ja, war so. Und ich hätte auch noch Prinz Tautau einfach ohne Kind können. Hast du eigentlich diesmal? Ich bin doch nicht. Ah, soll ich das machen? Hallo. Folge mir ins Abenteuerland. Oh. Das hört sich sehr spannend an. Das ist ein Abenteuer. Da komme ich doch direkt nach. Leute, kann das so schön fest da kommen, um mich zu testen? Okay, Luke. Komm mit mir ins Abenteuerland. Auf deiner eigene Weise. Chris, warum bist du gehört? Ja, weil mich jemand angeschossen hat, dort aus dem Haus, glaube ich. Ja, da hat jemand geschossen. Marco. Japsgear! 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 Nein, ich hab dich nicht angeschossen. Ich hab's doch gesehen, dass du das gehört hast. Japsgear! 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 Das ist Hate-Reader! Es ist Hate-Reader! Ich hab nix gemacht. Ibasic! Du hattest die... Du hattest die Viechern geplant. Das ist mein Detektiv. Fuck. Alles ok... Leute. Das istig réussi. Chris ist beruhave. Okay, bei mir ist das государ reproduce. Das hättest du mit deinem Kopf einfach das Heizweg gesprengt. Die ist so unfassbar hart! Was? Bist du der echte? Weapons! Ja, ich bin der echte. Ich stehe hier oben auf dem Dach mit einem Sniper. Oh yeah! Das hab ich gesehen. Das hast du. Bist du der echte offizielle Kurga? Kras. Ich weiß schon, was das sehen? Ich bin der offizielle Kurga, Alter. Offizielle Kurga, du nennst dich der offizielle Kurga? Ja, ja. ich weiß es nicht habe sich gesehen ich glaube von dem waffenladen aber ich bin mir nicht sicher ich zeig dir was ich für dich habe nein nein ein echter waffeln das ist doch fast genauso gut wie das was da rein da eine mitte schließt mich ein ich will ja ich war okay das nicht mich er kommt von dem markus warum hat er erlebt noch da lebt noch ich kann nicht konfirm wenn er wenn er second chance oder der füge hat dann ist die gleiche weg ja eben ist okay 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 also markus der ist der sagt der sagt der ist ich fand ich fand das abenteuer mit kinder kuhn hat man hier ist für den männer ist man überhaupt nicht verstanden ich kenne einfach nichts passiert ja ich denke das ding los da wirfst du die dinge ja das ganze im untergrund ich habe mich dann da ungefähr so eine minute und es hat nichts passiert und genau in dem moment wo ich weggehe geht das ding los ich dachte echt du wärst dann immer weiter so geschrieben hast ich habe gar nichts gemacht da dachte ich das wärst du nicht und dann hast du reingeguckt was das ist ein traiter würde immer schreien hat nichts gemacht aber generell immer das war also ich habe ich nicht schrieben zu verzweifeln ich bin wirklich ich bin traurig ich bin traurig ich bin auch akkartu tv aber aber soll ich dich wieder leben abziehen um dich zu töten sprung der plattform du hast schon meine minecraft sachen gewählt Diesmal hat mich mein Intu... Leute, ich bin Proven. Jetzt bin ich alles von dir. Hast du mich gerade angeschossen, Markus? Hab ich nicht, mit Tev. Aber ich hab Leben verloren und da ist Blut. Ihr Taubennüsschen, ich bin Proven. Oh, hier ist jemand. Markus, bringst du einen. Bringst du einen, Markus, bringst du einen. Diesmal hat mich meine Intuition nicht getäuscht. Diesmal war es Prinz Luke wieder. Es ist kaum, Markus! Du, 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 du. Du, 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 du. Benni lebt wieder. Steht ihr nicht fest angeschossen? Habt ihr gehört, Markus? Benni töten, wenn ihr lebt wieder. Ja, wer ist das? Weil du Traitor bist, Junge. Wie kommst du da rauf, Mann? Das steht unten links, Alter. Und das kann doch eine Lüge sein? Weil es da steht! Da! Ja, weil Markus vielleicht Server-Admin ist und so, ne? Ja, ich glaube nicht an Märchen. Benni, was ist halt los mit dir? Ich hab so wenig Punkte, lass mich. Was? Kann man leider nicht jetzt nur öffnen. Nur vor der Runde. Markus, es gibt, glaube ich, noch eine andere Map, wo hinter dem Schrank eine Luftschacht ist. Aber ich bin mäßig. Okay. Geil. Komm mal, komm auf die Straße, ich will mal was ausprobieren. Okay. Bleib mal stehen, der Karte, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, der Karte. Wo seid denn eigentlich alle? Ich lauf jeder, der Dinger sei allein rum. Du hast getauscht? Wie macht denn das? Nee, nee, du hast mir keinen Schaden gemacht. Irgendwie wird hier gerade geschossen. Ja, das war ich. Magst du mir die geben? Magst du mir die geben? Magst du mir die geben? Nein. Oha, danke. Oha, ich hab die Willen zu. Markus oder Chris könnten immer noch Traitor sein. Warte, ich muss dann quasi jemand anschießen und dann werde ich da hingeportet. Schieß mich an. Komm, schieß mich an. Ich bin hier ganz hin. Hier ganz hin, beim Tunnel. Im Tunnel. Hi, warte. Oh mein Gott, als ob ich das treffe. Traste. Wo ist das geil? Alter, voll gut. Das ist übernice. Ja, das ist mega. Das ist eigentlich schon jetzt mit Benni. Hat den schon jemand erledigt? Ach, das ist krass. Nein, nope. Benni. Oh, jetzt. Wir haben kurz Schluss. Haben wir. Oh, ich hab Schaden bekommen. Was ist los? Ich hab, ich hab versucht den Kurzschluss zu reparieren, hab da ähh... 40 Schaden bekommen. Nice. Ja, ich sollte vielleicht nicht... Oh, das ist Benni. Ich hab Benni gefunden. Der ist hier in einem Top- Aus- Ruvh blinkenden. Wo ist es damit? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es mit dem Ziegelsteinhaus? Bei dem Ziegelsteinhaus mit dem Pool? Ziegelsteinhaus mit dem Pool? Ziegelsteinhaus mit dem Pool. Er ist jetzt weiter geraten. Ich bin hinter dir. Felix, ich bin hinter dir. Moment, durch den Vorgarten. Ich bin hinter dir. Ich hab dir für Vorgänge aufgenommen! sorry sorry nein ich wollte es nicht ich dachte wenn wir da rauskommen gerade ich habe ich habe getötet ja da oben ist man bei dir drin im haus ich habe die ich hatte traiter waffe von ihm ja das ist okay okay dann ist es benny oder chris das ist benny ist das wissen wir ja schon weil er bestimmt stimmt stimmt ok dann ist man ja kommst du darauf weil du auf mich geschossen hast und weil es da stand lüge ich weiß wo es kommt mal her kommt mal her kommt mal her wo ist er denn da ist hier in dem haus okay das wollte ich nicht das gibt es nicht sehr gut wenn du hast du gerade einen kollegen getötet marcus ich habe gar nichts getötet ich bin dass jemand von mir umgefallen hier what the fuck wer ist denn das wer hat eigentlich die stimme getötet ja du hast mich getötet idiot ich hab dich geschossen dann war es kriss oder ich glaub der jason ist jetzt nur dabei jason jason kruso jason der astronaut nach 20 jahren harter arbeit bin ich endlich am ziel was ist mit dir heute los du bist halt echt ein bisschen aufgedreht was ist mit dem kathos bei mir kathos bei mir kathos marcus marcus bleib stehen marcus bleib stehen lass hier zusammen im kreis rumhüpfen wo ist es hin ich mache jetzt ja rein nein es ist weg warum ist es weg nein die ist locker hier alles klar ich tut jetzt mal das was ich am besten kann als täte aber prinz luk prinz luk alles klar ich glaube es ist chris weil der hat gekauft eindeutig der hat auf mich geschossen warte marcus welcher chris akato oder chris ich glaube ich habe sie ich habe sie ich traue dich nicht mehr ich probate ich ins wasser coba mal lieber christens wasser was ist das leute ich wurde vergiftet ich glaube marcus was war das gekauft wird mich jetzt bisschen nerven chris deswegen erstmal ein bisschen waschen hallo austreiben lol klug hat gerade gestern getötet hier habe ich nicht mit helft natürlich es ist ohne spaß ohne spaß erst vor mir umgefallen und ich entspann mich hier finde hier niemanden und ihr knallt euch einfach die köpfe wechsel an das heißt also ich würde ihn ganz gern töten aber ich traue mich nicht auch das ding ist richtig bock drauf ich habe gar nichts gemacht ich komme gerade von dahinten alter entspannt euch mal die runde und war das erste mal die gift kann ich habe die beweise ich hab den nicht der hat die scheiß gift kann der wollte gerade damit ich auf mich schossen ist schon sicher keytalk er wollte gerade auf mich schossen ja jetzt sterbe ich wo bist du ich habe getötet okay es ist er wird sich nicht erstes also ich bin twitter ja heute redet irgendeiner müssen so vergleichen kugger oh scheiße markus hat gerissen alter mit meiner hilfe an markus gerissen als leute ich würde ich gerne einspruch einlegen nein abgelegt gestartet mangelnde beweise tut mir leid ruhe im gerichtssaal ist doch gar nicht wegen was ich prophezei jetzt mal prinz luke kito und der jason sind traiter okay das ist einfach mal so eine prophezeiung ins blaue deine arbeitshypothese als falsch sagen prinz luke ist eindeutig und ich habe ein grünes fadenkreuz dafür gibt es ein grünes fadenkreuz das ist so super fans jason schießt hat geschossen hat geschossen was soll man machen auf welche farbe hast du eigentlich den fadenkreuz damit eingestellt der ist tote kann ich sagen auf welchen farben habt ihr eigentlich eure fadenkreuz eingestellt neon pink meins ist violett meins ist rot und wenn ich deine shotgun haben bitte warum damit ich umbringen kannst nein aber nicht aus ich finde dass ich finde ich habe die rüstung geschenkt richtig hier ja 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 so und kommen und zugestellt ich jetzt erschießen können du weißt dass ich hätte jetzt aber oh gott hey warum man hat sich nicht selbst ein bisschen aber nur ein bisschen aber nun nach prinz luke ist doch traiter ich habe es konfirmt alter ja siehst du prinz luke schau ja ja weiß ich bin felter ja ich gar nicht mein luke es geht echt gar nicht ich finde das ich finde das nur unterschiedlich dass du jetzt einfach traiter bist und egal aussieht prinz luke kannst du auch verraten kann ich bin ja schon wieder deine mama hat ihn wieder belegt die talk ist traiter was ich habe meine shotgun geschenkt das heißt da ist der ist aber ich habe gar nichts aktiviert hat man da hat man dieses prinz luke sind beim haus prinz luke sind am pool prinz luke sind am pool aber kurga geht doch kann nicht weiter sein ist also ich kann ich nicht traiter sein warum gibt es ja wen habe ich gerade umgebracht oder sehen ist ja gar nichts aber hier ist ja mt mt ach so ok licht warte ein christ kommt doch mal her ich habe da was für dich ein schutz in dein gesicht leute ich muss euch was sagen ich glaube es ist akato wissen warum warum hier steht ein turret alter seriously ich hätte wirklich lieber ein radar kaufen soll ich habe einen verschwindet hier ist ein tollwütiger ball aus half live 2 ich mag die tollwütigen belle aus half live 2 der ball der ist ich habe den letzten inno gefunden als in der tür hier an der wand der ball der ist dein mate ich habe den letzten inno gefunden weil er ist dein bester freund akato kommt noch mal hierher wo das dort steht hinter der tür ist da der letzte jahr traiter das letzten einhorn das letzte vorsicht das torret ja das macht mir ja kein schaden was so das macht kein schaden für dich schade ich meine gut schade dass der schaden woher hängt einer hängt einer und nein das steht aber der weiße das wiederbelegungs ding ich habe nein ich habe nichts aber ich habe lustig wer da hängt so viele trader kills aber warum tötest du mich mal ich war der kollege